Woche 38 Erlebte Gottesferne Wenn ein Unglück über einen herbricht, hat man oft das Gefühl, von Gott verlassen worden zu sein. Er hätte sich zurückgezogen. Doch gerade dort, wo Gott abwesend scheint, weil er einem nicht als der Schüttende und Bergende begegnet, weil er nicht die Zuflucht gewährt, die das kleine Ich erhalten möchte, gerade dort, wo er einen fallen lässt aus aller bisherigen Geborgenheit heraus, da existiert eine Glückseligkeit, die tiefer ist als die Erfüllung aller Begehrlichkeiten des Ichs. Dies passt erst einmal gar nicht in die Vorstellungen hinein, die man sich von ihm geschaffen hat. Was ist der Grund, dass man sich Gott so fern fühlt und dass es scheint, als hätte er sich zurückgezogen? Im christlichen Kontext wird dabei immer von der Unzufriedenheit Gottes als Grund des Rückzuges Gottes gesprochen. Gott möchte nicht der Mitkomplize unseres moralischen Fehlverhaltens sein und spiegelt uns somit die Unliebe, wie wir mit anderen umgegangen sind. In Klammer Matthäus 25, 31-46 Das Gottesbild der indischen Bhakti variiert hier grundlegend. In Klammer Bhagavad-Gita 9.30-31 Gottes Rückzug von der Seele wird nicht als Strafe für unlauteres Verhalten betrachtet, sondern als die notwendige Abtrennung von der Fühlhaftigkeit. Die Stille Gottes ist also nicht eine Verurteilung und Verwerfung der Seele von Seiten Gottes für eine unredliche Tat, sondern vielmehr eine heilige Einladung, ihn mehr zu beachten als alle seine Geschenke in Form von Energien und überschwelligen Gefühlsregungen. Man möchte nur noch ihn ohne seine Geschenke, die ihn auch verbergen können. Denn in aller erlebten Freude ist er einem nie näher als in Momenten der vollständigen Nicht-Fühlung. Denn seine Nähe ist in dem Maße Wirklichkeit, in dem man sich dem Pfad der Ergebung wirklich ausliefert. Dieser verläuft unabhängig von den eigenen momentanen Erlebnissen oder der Fühlbarkeit seiner Nähe. Im Bhagavatam 1.6.22 offenbart Krishna, dass er einer Seele erst einmal kurze kleine Ahnungen seiner selbst schenkt, sich dann aber wieder zurückzieht. In der erfahrenen Gottesferne beginnt die Kraft der Sehnsucht zu wirken, welche einen erst in die wahre Nähe zu ihm bringen wird. Die Psychologie spricht von der Verdrängung von Schattenseiten. Da ist natürlich viel Wahrheit drin. In der Introspektion erkennt man, wie viel Lebensenergie für die Verdrängung der Lichtseiten aufgewendet wurde. Um die Wunderbarkeit der Seele und ihre Sehnsucht nach unbedingter Liebe nach Gott, ständig an der Lebensperiphere und in Vergessenheit zu halten, bedarf es eines gewaltigen Kraftaktes. In der Verdrängung des Urantriebes einer jeden Seele wird ungeheuer viel Lebenskraft gebunden. Mit aufkeimender Ahnung davon beginnt die Seele, den meist unbewusst aufrechterhaltenen Widerstandsaufwand einzustellen. Und der Pfad der Hingabe beginnt sich daraus, freudvoll und Stück für Stück offen zu legen. wenn man die Begründung des Urantriebes einer immer wieder den Markenbilder ist. Und das ist ein Wunderbarkeit und der Zwangstúnpferd. Und das ist ein Wunderbarkeit. Die Sphärsachbarter läuft ein Wunderbarkeit.